Wachwieser, willkommen zum Programm Wachwieser. Ich freue mich, dass du dabei bist und geschult hast. Und von dir habe ich einen ganz interessanten Timer, wo ich nicht viel Zeit verliere, weil ich nicht viel Zeit verliere. Wir haben hier Gustav Friese in Südglinde, er ist auch dabei. Wir wollen von dir sprechen, wo wir uns ziemlich dicht bekommen können. Dort ist diese Gemeinde in dieser Welt. Wir wissen, dass die Bibel immer von dem Reich von dieser Welt spricht und immer von Gottes Reich. Wir wissen aber auch, dass die Gemeinde ist der Brot Christi. Und das andere ist, dass Menschen, besonders unsere Maniten, wollen immer von dieser Welt beitragen. Ich weiß, dass meine Vorfahren hier nach Paraguay, andere nach Bolivien, nach Mexiko, nach Nure, nach Crete, Alberta. Verschiedene Städte, um einfach von der Welt wegzukommen. Man war immer ändert, dass man die Welt nicht mehr hat. Gustav, vielleicht hast du über das Gedanke, du nicht einmal über das Spazier, und es wird mir interessant, zu hören von dir. Du hast dir über eine Gedanke gemerkt, wo sitzt du da ganze Zeit? Aber das ist die Welt, das ist die Gemeinde, die du bei uns. Wer postet das Tab? Ja, das hast du gesagt, dass das Wort sei erscheinend. Und das ist ein deuter Timer. Wer postet bei dir das Tab? Also, die Gemeinde erst eine Probe, die eure Lehren hat. Also, meine ehrliche Lebensort. Was ich ehrlich lebe und sei. Und die schere ich. Die jeweils mit anderen mit. Und die Antwort auf mich drehen. Dass die gegenseitige Jenseite respektvolle annehmen, was du ansteckst. Als ich, das wird die Gemeinde nennen. Und wir haben das über eine Geschichte, wo du gerade von redest. Wir versäuern das mit dem, was die Bibel in Wahrlichkeit den Prinz von dieser Welt nannt. Also, der Prinz von dieser Welt, das sind Regierungen, das sind Impressor, das sind Institutionen. Dort sind auch die Rehlebrücke. Du musst, ab dieser Welt, musst du Rehle haben. Wenn ich zum Beispiel eine Impressor habe, ich habe meine Konsultorier. Und der hat seine Rehle. Das denkst du, wie immer. Wenn du den Treibler schaffst, und ich habe eine Rehle, und du schaffst, was du will, dann wirst du nicht viel verdienen. Also, das wird auch jeder Mensch ganz normal als Rehle führen, dass eine Impressor funktioniert. Und das Konzept stellt, wie immer, eine Gemeinde nennen. Und das ist einmal sehr interessant. Die Bibel redet dann viel davon, dass die Welt, und das Denken von der Welt uns verwirrt, das uns verbistert. Und als ich noch so dachte, als ich Christus tschanelied habe, dann dachte ich, dass das diese Welt zeigt. Paulus redet mich darüber. Naja, wir dachten wie vorher, dann dachten wir nur Rehle noch. Dann dachten wir so, okay. Wenn das zuerst, dann machen wir das eine. Und das ist aber anders, wenn ich die respektiere in deinem Sinn, dann kannst du, was ich haben, was ich niemals gewusst habe. Und ich tschanelte gleich mal, und immer, wenn ich nicht habe, habe ich Angst. Naja, das hat mir Angst, ja? Ja, das hat mir Angst. Das kann mich da hineinbringen, nicht? Ja. Okay, du siehst jetzt, wie die Rehle von dieser Welt, das ist eine Impressor, die haben Rehle, mit Geld, Banken, alles haben Rehle. So, das besteht dann, das ist der Dreck von dieser Welt. Es war eine Impressor, wo ein Statut haben sozusagen, eine List von, wo das gemerkt wurde. So, und wir gemänt, das haben vorhin, entweder angeredene Rehle, dass die sind nicht abgeschrieben. Dann haben wir auch noch eine, wo wir uns, wenn wir sagen, alle geeinigt haben. Das ist die Ordnung von der Gemänte hier, weil wir verlängst. So, meinst du gerade, dass diese Ordnung, also diese abgeschriebene, oder nicht abgeschriebene Rehle, dass die würde eine Ordnung sein, die wir von der Welt übernommen haben? Na ja, kann ich davon reden. Wenn es, wenn wir das ganze Gespräch von Jesus bekamen, wo wir mit den Schriftgelehrern von den Pharisäern haben, dann geht das einmal, wenn du hier mal abgeschrieben hast, oder ohne deine Selle. Und wenn wir eigentlich auch, wenn wir dort als ganze Bräderschaft, als ganze Gemeinde dort entschlossen haben, so, das ist unsere Regel, dann gerieben wir irgendwann dort, was den Prinz von dieser Welt gehört, und dann sind, dort waren wir in dem Moment, wo wir diese Rehle entschlossen haben, wo unsere ganzen Streitmenschen in Christus sind, die Gemeinde, was das ist, gut anpassen. Wenn sie diese Rehle nicht nur gekommen wären, und wenn wir die Rehle haben, dann gerufen das einmal so ein Wort, wenn es das nicht bei uns dann passt. Und wenn man geht dann davon aus, und es ist interessant, wenn du sagst, ich glaube, ich muss mit Eva Meyer überreden, was ist die Gemeinde dann? Aber wenn du davon redest, man geht dann davon aus, okay, der Bruder hat sich verschwägt, der hat das, oder das Falsch, und dann schafft man dem Thesit, und sagt, man wählt das, dass er einen Trick kommen soll, bei uns ist, das weiß ich manchmal nicht. Aber wenn du nur sagst, der passt dann nicht mehr an. Vielleicht musst du erst mal, wo du anfängst, diese Beziehung über dort reden, was ist die Gemeinde dann wirklich? Ja, da möchte ich mich jetzt ein Tipp hängen, aber dort wird dann eins von der hier konkret beschäftigt, der Prinz von dieser Welt. Der Prinz von dieser Welt, der hängt immer auch noch an die Berne. Also, ich habe diese Welt, was institutionalisiert wird, also, das Hochbeinnschwierde, vielleicht nicht viel, aber das bedeutet, Rehle abstehle, dessen Beusen, wenn man so sagt, der steigt in mir, und da nicht, wie lange ich kriege sie. So. Dem muss ich immer auch noch treuern, und mit was wohnst du den treuern, dann sage ich, wie kann ich nicht gewöhnen, wie will er das mit Rehle? Dann sage ich zum Beispiel mal, ein Kind, schäm dich mal. Nein, aber das Kind, muss ich selbst wissen, ob er sich schämen soll, oder nicht. Wenn ich sage, ich schäme dich mal, vielleicht sage ich nicht so schnodrig, aber ich würde dann sagen, dass ich dich mal stelle. Wenn es dort, muss ich selbst wissen, ob ich mich schäme habe. Okay, aber das ist ein Prinz von dieser Welt, der erst an uns Berne, den muss, wie immer war er, mit was Bahn nicht wie dem, mit einer gesunde Beziehung, in der jetzt immer nur Christus haben, und dann nur die andere Menschen, dann akzeptiere ich die, und ich respektiere die, in denen anders sein, was ich sehe. Bloß wenn Rehle sind, so, dann hast du einen Punkt, was bezieht Rehle, dann sei ich, du bist vom Glauben aufgefallen, du bist antriege worden, so, was täte man als Christ nicht. Und wie Christus in einem Konzept, wann wir uns darauf konzentrieren, wenn er ja fangt, ein Mensch, an religiös zu sein, das ist ein Wort, wie viel Brücke, dort heute, ein Mensch, wer sich nur Rehle erreicht, der, wer neuer fangt, er sich nur, das dort zu sein, wann der, ihr läuft weiter, wer andere Menschen, Christ zu sein, hat. So, Christus, der haftet immer klar, ein Leben, mit einem Typ, gläubig, die ganze Bibel, kostet echt, wer neuer, geht mit dem, darf ich, den Christen leben, an, wann heu sich, mit all das. Und dann kann ich, ich sage, richtig viel von, am Lire, warum hast du das, wie kannst du das, dann, dass du die Beherrschung kostest, weil die Kinder bloß niemals, die Haare hier, und du wachst bloß, nevers doll, er hat auch noch, nevers ist ein, der doll warst, weil du das, dass du die Beherrschung kostest, ich sage, du bestrengst alles, aber du wachst niemals, mal, dass du die Haare hier, im Gesicht hielst. Wie kriegst du das, dann, ich kann mich bloß nicht beharren. Dann habe ich eine Möglichkeit, dann kann, dann passiert Christus, seine Gemeinde. Wo, wenn ich nicht in der Regel abstelle, ein Läuftol, der Vater von der Familie, wird niemals, sein Kind, im Gesicht schlafen, wenn er, wird der Vater dann, sein Kind, im Gesicht schlafen, warum kann er das? Einmal, wenn er die Reile sind, dann muss er plötzlich verstöken, in den Hingern Eich, in den Hingern Eich, ist es immer größer, als wenn er nicht hängt. Also dann, darf man normalerweise, nachgeschäft, alle, in den Hingern Eich holen, dass man andere Wege wird. Das wird uns die Reile bringen. So die Reile, muss man dort, dass einer Plätsch wird. Ja. Und die Transparenz, wenn es auch ein bisschen hochbranchiert wird, aber dort, dass einer tatsächlich miteinander umgeht, dort erst dann war ich. Na, ich kenne dich mal, was passiert dir, wann die, wer fair sagt? Ich habe einen Städträner vorhin gespielt, über einen Ball, und dann kommt ein Präger an, der hält nicht viel von Ballspielen, und dort, wir sehen, schwer sind, wenn man mit dem Ball spielt. Dann sagt er, so, das ist das letzte, was ich gespielt habe, die letzte Säte, und dann gehe ich auf die Reile. Hm, was tut das bei mir? Weil ich ja, ich bin doll, wie heute, wie die zweite Säte, wo wir spielen, ich spiele normalerweise, 10, 15 Säte. Was merkt das? Ich muss mich so beherrschen, dass ich überhaupt habe, welches Thema andere. Was merkt das? Automatisch, wenn du diktatorisch bist, wenn du fair seid, da wird die andere Stelle, und ich spazier mit anderen, wo du eine Beziehung hast. Und da wir fair seid, die höchsterelle zu leiden, weiträchtig wird mal. So, ob er direkt nach dem Statut, oder nach der Liste von Reilen, würde die Menschen aber nicht sagen, dass die Reilen sind, alle in der Bibel genommen? Das ist erst nicht so, dass zum Beispiel so eine Statute oder Gemeindereile, die würde sagen, das steht ja aber in der Bibel. So, deswegen habe ich dort auch eine Gemeindereile, wenn es dort in der Bibel steht. Ich glaube, die Gemeindereile hat alle, und auch für jede Reilen steht 20-30 Bibelfahrt. Ja, das meine ich gerade. Ja, ja, ganz entschieden. Dort nimmt das, was man sagt, dunkle, schwarze, großem Wald von dem Prinz dieser Welt nicht weg. Warum? All diese Bibel steht da, wie du Banner hast. Die sind und die persönlich erreicht. Und du sitzt in der Welt ganz anders als ich, auch wenn wir hier tippsetten spazieren. Und das ist richtig so. Christus hat uns so gemerkt, und danach kann ich frühe und man, die können selbst in Fahrzeuge sein. Die lesen da sehr verschiedenste Sachen. So, das war ich noch. Das stimmt. Ganz gut genommen, dass du selbst sitzt. Was will das Haar nicht für mich sein? Was ist das für mich der Frise nicht? Naja, das war ich. Und wenn ich eine Reile habe, und ich sehe zum Beispiel den Chef, der älteste, wie wir uns nennen, dann habe ich das stolz Wut, und ich sage, das Haar sagt, dass ich das in Fahrzeuge stelle, wie soll unser Leben sein. Ja, der meinte, trühartig, ein bisschen versteht mich nicht so, dass ich hier über bin, was ich sehe, oder was, dass ich plötzlich an das verstehe. Der meinte, dass trühartig geht, der versteht auch nicht, wo wir von der über spazieren. Und der bett vielleicht auch der oder darüber, der den Fahrzeuge abstellt. Aber wer stellt diesen Fahrzeuge für die Reile ab? Dort hat so etwas als Gustav Frise, wenn eigentlich der älteste da sein, dort döner wird. So, was bedeutet das für David? Der fühlt sich nicht maglich. Was hat er denn? Der hat vielleicht nach fünf Jahren bei uns in der Gemeinde. Aber dann irgendwann hat er sich da dreiggespielt, dann geht der unterwege haben. Noch eine sehr große Sache, ich soll etwas reden, das wird nicht für jeden. Die Menschen die bei uns bliehen, dort sind normaler wie Söhne, wo sich die neue Wand herstellen, und nicht dort sei, was ich wirklich denke. Das ist großartig. Das ist großartig. Du hast nicht das Gefühl, dass du ein wahrer Glaube hast, vielleicht ein Glaube, aber nicht eine wahre Beziehung. Und dort das trägt einem dann so weit. Es spät sich einmal so diese Menschen, die zu säuern und die Gesäuze gehen und all das so und so und so und so. Du hast kein Rühm für, du hast kein Rühm für anders sein, kein Rühm für Gottes Wut. Wenn Gottes Wut von Freiheit redet, du möchtest nicht anfangen. Das macht nur das der reale Gune. Dort ist die Freiheit für Ernten. Der Mischte von uns Plotisch redet wie hier. Es ist ein starker Einfluss von den englischen Sprachen. Vielleicht ist das wie das Fake Brücke. Du wirst fake, du wirst falsch. Also falsch hieß es. Nicht wahrlich. Du wirst nicht mehr ganz real, würde ich dann sagen. Du wirst nicht mehr ganz wahrlich, nicht? Du wirst nicht mehr ganz wahrlich, dass ich leben soll. Ich fange ein Spiel und spiele dort ein Christ. Du sagst, ein Achterchrist, der immer der Heim folgt. Okay? Wenn ich tue sie, dann würde ich einmal der Heim folgen. Das ist nicht Gustav. Das ist das Christus. Wenn du nicht magst, dann sagst du es. Ja, das ist wunderbar. Das ist mein Kind. Das ist mit Breitbein. Dann sag ich, Jesus, ja, das ist mein Willenhaus. Das gefällt mir. Das macht euch ein Fall. Wenn sie mit ihm gebüht, dann kann es alles an. und dort ist die persönliche Beziehung die Jesus mit Menschen hat. Ganz entscheidend. Wir müssen einverstanden. Wenn er mit dem Prinz der Welt spricht, er spricht mit Menschen spricht, am Törhorche, Sine Schiele, dann verteilt die Geschichte. Dann denkt er nicht, das sagt er mit Menschen. Ich will wieder reden über den Timer von Gemeinde und dieser Welt. Danke. Dankeschön.